Nein, das ist keine neue Designer-Kleidung für Nachtschwärmer. Was hier so blinkt, ist der elektrische Impuls eingearbeiteter Drahtspulen einer neuen Aktivweste. Dabei wird ein Magnetfeld aufgebaut, das den Körper vitalisieren soll. Die Westen gibt es nur in Immenstadt, genauer bei ihrem Erfinder Joe Seltmann zu kaufen. Die Idee zu der Aktivweste kam ihm spontan im Auto. Ein Kollege von mir hatte Probleme mit dem Nücken, Nacken. Und ich hatte so ein Kissen dabei, den haben wir unter dem Fahren hingehalten. Und zufällig hatte ich so eine alte Schöffelweste an. Und dann kam mir diese Blitzidee, da könnte man doch diese Spulen, diese Magnetfeldspulen in eine Weste legen. Früher konnte man sich bei einer Magnetfeldtherapie nur mit speziellen Matten und Kissen behandeln lassen. Dafür musste man meist zum Physiotherapeuten. Mit der Weste von Joe Seltmann geht das jetzt aber auch im Büro oder unterwegs. Fünf verschiedene Programme sollen dabei den Körper stimulieren. Menschen mit Schlafproblemen können sich entspannen lassen. Kommen sie dagegen morgens schwer in die Gänge, vitalisiert sie ein anderes Programm. Grund sind die unterschiedlichen Frequenzen der Weste. Je nach Wunsch geben die eingearbeiteten Spulen andere Signale an das Nervensystem weiter. Ein angenehmer Nebeneffekt, so Joe Seltmann, durch das Magnetfeld wird der Lymphfluss angeregt. Das entgiftet den Körper zusätzlich. Heute ist der Triathlet von der Magnetfeldtherapie überzeugt. Das war aber längst nicht immer so. Also bis zu meiner größten Verletzung hatte ich mit dem Magnetfeld überhaupt nichts am Hut. Im Gegenteil, ich habe für sowas gar keinen Sinn entwickelt. Aber durch eine lange Verletzung, die mir von den Ärzten prognostiziert worden ist, dass das also mindestens ein halbes Jahr dauert und ich das innerhalb einer Woche über das Magnetfeld hingekriegt habe, konnte ich es zwar nicht glauben, aber über andere Mitstreiter, die auch zeitweise verletzt waren, wo ich auch diese Rückmeldung bekommen habe, Menschenskinder, auch mir hat es geholfen, war das ein Thema für mich. Doch die Aktivweste ist nicht nur etwas für Leistungssportler. Auch Orthonormalverbraucher sollen mit ihr den eigenen Organismus stärken und Verletzungen behandeln können. Beispielsweise Knochenbrüche sollen so schneller verheilen. Für Neugierige, die nicht gleich ein Exemplar kaufen wollen, gibt es die Westen auch zum Laien. Egal ob Kinder oder Senioren, eine erste Veränderung sollen alle spüren. Es kommt darauf an, wie sensibel man ist. Der eine zieht sich an und sagt, mir fehlt nichts, ich habe auch nichts gespürt, aber mein Körper will sie nicht mehr ausziehen. Ich kann es nicht sagen, warum, aber ich fühle mich eigentlich wohl darin. Dann gibt es natürlich auch sehr sensible, die die Weste eigentlich übers Kribbeln sofort spüren. Und wir haben also auch festgestellt, gerade Leute, die eine Blockade im Körper haben, reagieren sehr schnell drauf. Auch Joe Seltmanns Tochter schwört auf die Weste, für sich und ihr Lieblingstier. Denn die gibt es mittlerweile für fast alle Haustiere. Nur sie müssen noch ohne schwimmen.